Mein Name ist René Csoppe. Ich bin Inhaber und Gründer der Agentur Autima. Wir sind spezialisiert auf das Thema Marketingautomatisierung mit Clicktip und wir helfen kleinen und mittelständischen Unternehmen, Aufgaben, Prozesse und Kommunikation zu automatisieren und so wieder Zeit zu sparen und die Zeit fürs Wesentliche zu haben. Viele meiner Geschäftspartner und Freunde sind auch Agenturinhaber, haben SEO-Agenturen, Webdesign-Agenturen, sind spezialisiert auf Performance, auf unterschiedlichste Themen. Und was ich feststelle, es gibt ganz viele Agenturen, die haben die gleichen Herausforderungen. Die meisten Agenturen, die ich kenne, die haben das Problem, dass sie immer die Waage halten müssen zwischen Betrieb, also dem Umsetzen von Projekten und dem Vertrieb, dem Akquirieren von neuen Kunden. Und ich glaube, dass alle Agenturen sich auch einig sind, unglaublich viel Geschäft mit den Bestandskunden liegen zu lassen. Genau diesen Switch, diese Balance zu halten, ist extrem herausfordernd und es dann natürlich auch hinzubekommen, den Support, alles so zu liefern, dass der Kunde am Ende auch wirklich happy ist und für einen dann Werbung macht. Und genau in dieser, ich sag mal, Akquise-Endlosschleife waren wir auch gefangen und haben einen Weg herausgefunden. Wir haben angefangen, unser Business und unseren Verkaufsprozess zu automatisieren. Und das hat uns nicht nur extrem nach vorne gebracht, sondern sogar zu einem bestimmten Zeitpunkt das Business gänzlich gerettet. 2017 hatte ich eine nicht erkannte Blinddarmentzündung und dann einen Blinddarmdurchbruch und musste dann aufgrund der Not-OP natürlich im Krankenhaus verweilen und war sechs Wochen out of order. Ich lag im Bett und konnte gar nichts machen. Ich konnte weder Termine wahrnehmen, noch telefonieren, noch E-Mails schreiben. Und tatsächlich hat die Marketing-Automatisierung, die wir vorher mit Klicktipp eingeführt haben, mein Business gerettet. Ich lag da in dem Krankenbett, konnte nichts und habe aber gesehen, dass im Hintergrund die Kommunikation zu den Interessenten und Kunden aufrecht gehalten wird. Dass Kunden und Interessenten eingeladen werden zu Webinaren. Es gab Verkaufs-E-Mails, es gab Angebote, die wurden verschickt und nachgefasst. Und es gab Provisionseinnahmen und Neugeschäft, obwohl ich selbst gar nichts machen konnte. Und das war für uns die Veränderung, der echte Game-Changer. Und da haben wir gemerkt, das ist nicht nur irgendein nettes Marketing-Vehikel, ein Kanal, den man bedient oder nicht. Es ist eine Art und Weise, sein Geschäft zu betreiben. Und zwar eine sehr smarte Art und Weise und eine sehr moderne. Und die Automatisierung haben wir mittlerweile in allen Geschäftsbereichen bei uns ausgerollt und partizipieren enorm davon. Und das war für uns die größte Veränderung. Und genau diese Veränderung implementieren wir jetzt auch bei anderen Agenturen und bei anderen Unternehmen. Ich glaube, dass das Thema Automatisierung und speziell E-Mail-Marketing für Agenturen ganz, ganz viele positive Effekte mitbringt und wirkliche Verbesserungen im Alltag. Was wir merken, wir haben grundsätzlich immer einen sehr hohen Aufwand, wenn ein Kunde neu zu uns kommt. Wir brauchen am Anfang einen Auftragsverarbeitungsvertrag, wir brauchen Zugangsdaten, Logodateien, Textbriefings etc. Wir haben ein sehr großes Onboarding, was wir einfach mit den Kunden haben, um das ganze Projekt qualitativ hochwertig abzuwickeln. Wenn wir das heute manuell machen würden, bräuchten wir wahrscheinlich drei, vier Mitarbeiter mehr und würden nicht mehr schaffen. Genau das macht im Hintergrund Klick-Tipp alles für uns. Das heißt, haben wir einen Neukunden gewonnen, wird in dem Moment, werden Kampagnen für den Neukunden gestartet und Klick-Tipp macht diese gesamte Kommunikation, holt die Daten, die Zugänge, verschickt Verträge und, und, und. Das ist eine enorme Arbeitserleichterung. Also das Kunden-Onboarding zu automatisieren, ist für Agenturen eins der größten Benefits und der Zeitsparer, die man eigentlich so machen kann. Agenturen haben die Herausforderung, dass man von außen immer nicht erkennt, ist die Agentur dann wirklich kompetent. Und um genau das hinzubekommen, ist es natürlich ein sehr guter Weg, sich Bewertungen und Testimonials zu holen. Wir wissen heute aus Studien, dass über 85 Prozent der Interessenten sich aufgrund einer Online-Bewertung für uns entscheiden und auch sogar bereit sind, einen Aufpreis zu zahlen. Das heißt, das Testimonial oder auch die Bewertung, sowohl bei Google als auch bei diversen Plattformen, wird immer wichtiger. Und leider ist das ein Prozess, der, ich glaube, bei so ziemlich allen einfach sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ich höre immer wieder, ja, das machen wir, wenn wir gerade Zeit dafür haben, aber wir fassen auch nicht nach, es ist so aufwendig, immer wieder zu schauen. Das ist ein Thema, was wir dank Klicktipp sehr, sehr einfach automatisiert haben mit einer einfachen Kampagne. Und seitdem haben wir kontinuierlich steigende Bewertungszahlen bei Google, bei Proven Expert. Wir kriegen persönliche Testimonials und das alles komplett ohne Personalaufwand. Also wenn man als Agentur wirklich das positive Aushängeschild haben will und einfach diese unschlagbare Reputation im Internet, dann kommt man eigentlich um so eine Bewertungsautomatisierung mit Klicktipp nicht drum rum. Bei den meisten Agenturen, die ich kenne, die haben alle oder alle wissen, dass sie mit ihren Bestandskunden erheblich mehr Geschäft machen könnten. Man hat immer wieder diese Situation, wo wir mal auf einer Veranstaltung einen Kunden wieder treffen oder mit dem einfach mal so telefonieren. Und tatsächlich ist dieser eine Anruf häufig schon der Auslöser für einen Folgeauftrag, dass die Kunden förmlich darauf warten und die Aufträge eigentlich in der Schublade liegen. Und die Frage ist doch, warum holen wir das nicht systematisch ab? Das war auch eine Frage, die wir uns gestellt haben und wir haben das Ganze ganz einfach gelöst durch Automatisierung wieder. Und zwar haben wir spezielle Upsell- und Crosssell-Funnel, die wir mit unseren Bestandskunden nutzen, wo wir den Kunden immer wieder auch Dinge anbieten, die sie noch nicht bei uns gebucht haben. Und das funktioniert grundsätzlich für alle Agenturen. Also wenn ich eine Webdesign-Agentur habe, kann ich natürlich das Thema Service-Updates, Wartung, SEO und so weiter super im Upsell verkaufen. Genauso funktioniert es für Performance-Agenturen, für Fulfillment-Agenturen, für E-Commerce-Agenturen. Es funktioniert für alle. Wir alle wissen, wir können mit den Bestandskunden mehr Umsatz machen. Das ist so ein Schatz, der liegt auf dem Boden und der ist es wert, gehoben zu werden. Ich glaube, dass E-Mail-Marketing speziell für Agenturen eigentlich aktueller denn je ist. Wir haben immer mehr Kommunikationskanäle. Wir können kommunizieren über SMS, über WhatsApp, über Telegram, über einen Facebook-Messenger und, und, und. Die Kanäle werden immer mehr. Aber die Kanäle werden nicht seriöser. Wir merken einfach, wenn wir mit Kunden kommunizieren, ist der häufigste Weg nach wie vor die E-Mail. Es ist etablierte, einfach Geschäftsmethodik, bestimmte Dinge, gerade wichtige Dinge, und gerade dann, wenn sie bearbeitet werden müssen, per E-Mail zu versenden. Und genau darin liegt eigentlich auch die Chance, wenn ich automatisiertes E-Mail-Marketing so betreibe, dass die E-Mails aussehen, als hätte ich sie gerade geschrieben, aussehen wie Aufgaben oder aussehen wie echte Fragen, also die auch genauso gemeint sind. In dem Moment bekomme ich Antworten darauf und habe einen unfassbaren Return. und der ist ja nicht nur durch Studien vielfach belegt, sondern den kann ich halt auch selber aus meiner Praxis berichten. Also E-Mail-Marketing ist für uns der essentielle und der wichtigste Kanal zu unseren Kunden und auch der einzige, der unabhängig von den ganzen Plattformen läuft. Bei Google ändern sich täglich Dinge, genauso wie auch bei Facebook, Instagram, TikTok. Wir haben überall Veränderungen. Dinge, die es vor fünf Jahren noch nicht gab, sind heute ganz normal. Aber E-Mail-Marketing ist die Konstante, die uns eigentlich schon über die ganzen Jahre hinweg trägt und auch die nächsten Jahre tragen wird. Als wir angefangen haben mit dem Thema E-Mail-Marketing und Automatisierung, haben wir natürlich uns alle Tools angeschaut. Es gibt ja irre viele Tools, die dieses Thema können, anbieten. Und wir haben schon sehr genau eruiert, welches Tool ist dann das, was wir in Zukunft benutzen wollen, promoten wollen und wo wir uns auf eine echte Partnerschaft einlassen. Und nach vielen Abwägen sind wir einfach auf den Punkt angekommen, dass wir ein paar Themen haben, die für uns essentiell sind. Wir wollten es unbedingt in absolut datenschutzkonform. Für uns war extrem wichtig, dass wir unseren Kunden eine Lösung bieten, die den Kunden niemals auf die Füße fallen kann. Und da bietet Klick-Tipp nicht nur eine extrem perfekte Ausgangslage, weil es alle Datenschutzthemen bei Design schon erfüllt, sondern mir sogar selbst diese Datenschutzaufgaben wie Berichtigungen, Auskunft, Löschanfragen etc. automatisiert bearbeiten kann. Und das ist für uns natürlich ein Riesenmehrwert. Ebenfalls war für uns extrem wichtig, dass wir in einer deutschen Landschaft auch mit Software-Tools arbeiten, die deutsch sind und auch einen deutschen Standort haben. Es ist so ein bisschen dieses Verständnis für Rechte und Pflichten, was dahinter steht. Und natürlich auch die Anbindung an andere Software-Stacks. Und die Frage ist ja, ob wir in der Agentur jetzt Englisch können. Ja, natürlich können wir das. Und wir würden auch ein englisches Tool bedienen können. Aber die Frage ist ja, kann es unser Kunde, kann es der Handwerker, kann es das Hotel oder kann es das Restaurant oder kann es halt der Ingenieur und kann es der Coach um die Ecke. Und da merken wir halt, es ist erheblich einfacher, wenn wir dort eine einheitliche Sprache haben, auch im Support eine einheitliche Sprache haben und einfach auch die gleiche Zeitzone etc. Also es macht ganz, ganz vieles einfacher. Deswegen haben wir uns ganz bewusst auch für ein deutsches Tool entschieden. Und für uns ein essentieller und gigantischer Benefit im Vergleich zu anderen Tools, Klick-Tipp ist in der Lage, an einen Kontakt mehrere E-Mail-Adressen zu hängen. So ziemlich jeder Mensch hat mehr als eine E-Mail-Adresse. Und die Frage ist, oder war für uns immer, warum können die Tools, die aus dem E-Mail-Marketing kommen, genau das nicht abbilden? Warum sind die nicht in der Lage zu verstehen, dass der Max Mustermann zwei E-Mail-Adressen hat und dass wir ihm nicht zweimal die gleiche E-Mail schicken brauchen? Und genau dieses Problem hat Klick-Tipp gelöst und deswegen ist für uns Klick-Tipp die beste Wahl fürs E-Mail-Marketing. Wenn du Agenturinhaberin oder Agenturinhaber bist und du überlegst, ob du mit dem Thema E-Mail-Marketing starten sollst und wenn ja, mit welchem Tool, möchte ich dir zwei Tipps an der Stelle ganz klar sagen. E-Mail-Marketing ist ein sensationelles Vehikel, das solltest du auf jeden Fall machen und wenn, natürlich mit Klick-Tipp. Du hast hier einen wirklich fairen Partner, mit dem du ganz kurze Kommunikationswege hast und mit denen auch das Thema Partnerschaft wirklich auf einer anderen Ebene gelebt wird.